Eine der beliebtesten und gleichzeitig raffiniertesten Vorspeisen ist das Carpaccio. Ein Klassiker aus Norditalien, für den hauchdünne Rinderfiletscheiben in nichts als bestem Olivenöl mariniert werden. Für Biss und Würze sorgen Rucola und Parmesankäse. Schneiden Sie das Rinderfilet in dünne Scheiben, legen Sie die Scheiben mit genügend Abstand zwischen zwei Lagen Frischhaltefolie und klopfen Sie es vorsichtig so dünn, wie Sie es am liebsten mögen. Es sollte allerdings nicht reißen. Sie können dafür ein spezielles Plattiereisen verwenden. Es funktioniert aber auch mit einem Stieltopf. Lösen Sie die Scheiben vorsichtig von der Folie. Verteilen Sie sie großflächig auf flachen Tellern und bestreichen Sie jede Portion mit etwa zwei Esslöffeln Öl. Alternativ können Sie die Teller auch vorher mit etwas Öl bepinseln. Das Fleisch darauf legen und dann mit dem Rest des Öls bestreichen. Rühren Sie eine Marinade aus Essig, Zitronensaft und dem restlichen Olivenöl an und wenden Sie den geputzten und gewaschenen Rucola darin. Verteilen Sie den Salat auf dem Fleisch und würzen Sie alles mit Fleur de Selle und ein paar Umdrehungen aus der Pfeffermühle. Den Schluss macht frisch gehobelter Parmesan-Käse. Fertig ist eine feine, leichte Vorspeise, die besonders gut zu italienischen Gerichten wie Safran-Risotto, Penne al Pomodoro oder Linguine al Pesto Genovese passt. Buon appetito!